Die Bärenbrüder Jack und Jack treffen die hübscheste Bärin Aileen. Hi Aileen, wie wär's denn mit uns beiden? Hey, die gehört mir, die steht nur auf coole Typen. Nein, die gehört mir! Die gehört nur mir, nicht dir. Doch, mir! Autsch! Oh mein Gott, sind die kindisch die beiden! Autsch! Autsch! Hey, die gehört mir! Lass mich doch! Hey Baby, ich bin Captain Cool Space. Willst du mit mir zu den Sternen fliegen? Oh mein Gott, natürlich! Du hast aber ein cooles Raumschiff. Ich weiß. Boah, die ist aber ne Zicke. Komm, gehen wir in die Bärenbar. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.